Stürme keine Wissen, wo es Ordnung ist, dass alles an seinen Platz kommt. Stürme keine Wissen, wo es Ordnung ist, dass jemand in sesslichen Frauen stürmt. Stürme keine Wissen, wo es Ordnung ist, dass über Schauberkeit kommt, Frauen in Sitzung. Stürme keine Wissen, wo es Ordnung ist, wo es Ordnung ist, wo es Ordnung ist, wo es Ordnung ist, Polizei, Apport, Rat, Gesetze, Präsentation, Stürme, Bürokratie und Sicherheit, auf dass die Ordnung ist, dass es in aller Ewigkeit ist, aus der Gewalt von der Volk- und Herrschaft, von der Ausüberschauberkeit, aus der Kurs- und Anstandpflicht, dass der mehr Wissen bleibt, auf dass jedes Unrecht bescheren bleibt. Wenn Ordnung, statt das Zusammenleben zu regeln, nur mehr der Unterwerfung und des Machterhaltes dient, hat sie dann auch Berechtigung weiter zu bestehen, nur als Selbstzweck ihrer eigenen Erhaltung zu dienen. Wenn Ordnung immer vernünftig, wenn Ordnung zerstört, wenn Ordnung regelt, dass dem einen an, im anderen nichts gehört. Wenn du Ordnung unterdrückst und denkst und zu fühlst, sei nicht nur dagegen sein. Ich glaub daran, dass es auch an, dass es geht, und damit bin ich nicht allein. Du hast richtig gehört, ich bin so verrückt. Ich glaub, es gibt eine Ordnung, die dich verdrückt. Ja, du hast richtig gehört, ich bin so verrückt. Alleine Welt und glaube, in der nicht jeder jemals unterdrückt. In der nicht jeder sich selbst unterdrücken muss. Wir werden als Strafe vor Gedrückung und Brust. Ja, du hast richtig gehört, ich bin so verrückt. Ich glaub, es ist so verrückt.